ja herzlich willkommen zurück bei unserem let's play vom horrorspiel blackout club wir starten halt einfach mal die runde und schauen ob es besser läuft ob man schon ein bisschen mehr auskennen genau so ein bisschen wieder in unserem clubhaus und starten eine mission würde ich sagen weil ich wollte man meinen fähigkeiten punkt weil ich sprach auf was nützlicher tipp nummer 905 unsere mission stehlen tasche mit beweisen klauen die bösen stehlen unsere träume und bringen unsere gedanken durcheinander ok bells meinte dass sie auch sachen aus unserem zimmer nehmen persönliche dinge mit deren hilfe sie uns mit ihren gruseligen maschinen gehirn wäschen verpassen können heute noch holen wir uns was zurück ok los die bösewichte haben beweise unserer kürzlich vermasselten mission dabei bitte klauen sie für uns ok kracher und verband sehr gut was hast du genommen ja wenigstens wird es auch angezeigt bei der dietrich in der runde davor wurde mir nicht angezeigt ich habe ihn abgeschossen körper nicht entdeckt widerlich ich konnte nicht entdeckt ich habe ihn abgeschossen ich habe jetzt wegen dir ein ding verschossen machen wir uns auf den weg zu unserem wenn sie nicht erst hochschauen ob wir noch irgendwas finden oder so gehen wir auch machen das stellen hat die chancen groß dass man wieder auf den gegner kommen oder hier ist tatsächlich ein kisten verband ich kann eigentlich auch schon mal einsetzen oder wie sieht sie denn jetzt ein ich habe geheilt hier ist nichts drin hast du den verband angenommen ok ok das bewegt sich ja wollte ich gerade sagen oh no dann war es jetzt wahrscheinlich noch dümmer dass wir schon munition verschossen haben du hast auch schon eine verschossen ne ich weiß nicht mit doch doch ich glaube ich habe mich mit dem gerettet gutes teil hörst du das geräusch yes aber ich weiß nicht was das ist niederlich da ist da ist eine drohne oben siehst du das pf mhm sonst ist da aber nichts oder hohohh damn damn schnell hier lang so um dieses teil machen wir einmal im bogen oder erfordert dietrich oder oder eintreten kick dieses innen steht da ja aber das ding ist doch jetzt wieder hast du sie gerade angerufen wie machst du das das ist meine fähigkeit das mache ich mit mit er was war jetzt für ein geräusch und die drohne erwischt zumindest war das lief mal rot oh gosh was du jetzt die tür aufmacht ja was ist denn da unten ist das ding ich rufe sie an das doch einer das ist du doch ja ach jetzt deine mord also ich check meine fähigkeit ja nicht so ganz ne ich bin verletzt ich weiß nicht was ich mit dem ich bin zu verletzt benutze einen flucht gegenstand ja und wie mit f mich verfolgt diese dumme schatten wo bist du ja somewhere ne bist du tot ne oh my gosh ich habe mich geheilt ne oh no du musst quasi schauen wo der schatten herkommt oh mein gott irgendwas ist hier bei mir ja das bin ich widerlich ne das bist nicht du run ja und was ist dann mit dem schatten ja und da musst du halt weglaufen aber du siehst dann zumindest wo er herkommt wo müssen wir jetzt eigentlich hin ja ah wir müssen da runter irgendwie siehst du das na happy birthday ja kämen wir vielleicht da runter nee weil da sind wir ja vorhin oh no hergekommen ich check das nicht mit dem schatten fackel stehlen befindet sich auf einem schrein im labyrinth so aber wie kommt man da heute runter könnte man vielleicht da über das haus rein das kann sein oder meinst du da sind wir doch das letzte mal auch nicht weiter gekommen aber da haben wir auch andere mission gehabt bist du da noch nicht aber du filmst oder mhm okay tatsächlich oh no der schatten ist da wo denn ja mir zockt wo das sind fußspuren ja oh wow happy birthday man sollte die augen aufmachen ich bin runtergefallen ne ah was ist los wie dolle ich verpiste ich oh my gosh i'm running i'm so dead oh no ich hab halt einfach nix wo ich bist du ja ich bin irgendwo aber wieso kann ich meine fähigkeit nicht einsetzen widerlich 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 ach ich check das nicht der verstand gehört nicht dir widerlich gashk 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 Wie hörst du denn? Oh mein Gott! Hilfe! Ja, ich sterbe nicht. Help! Help! Oh mein Gott. I need somebody. Mission verfehlt. Bin ich jetzt schon gestorben, oder was? Bist du nur im Spiel? Nein, nein, ich bin auch tot. Girl, du bist auch schon gestorben. Oh, widerlich. Alright. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach gleich nochmal so, oder? Ich verstehe das nicht so ganz, ne? But okay. Nee, so ganz kapiert ich auch noch nicht, aber wir finden es einfach raus. Ich bin noch nicht dran. Oh, pardon. Dietrich. Oh nein, jetzt habe ich geschossen. Ach, leck mich doch mal an. Dietrich zum Inventar hinzugefügt. Ich wollte gerade fragen, warst du das oder ich? Alright. Jetzt fährt's. Ja, aber der hat gerade gesagt, zum Inventar hinzugefügt. Ja, der Dietrich. Ja, aber der wird mir nicht angezeigt. Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich suche gerade das Inventar. Wow, Hauptsache ich habe jetzt mein Ding verschossen, oder? Das Inventar ist doch rechts unten. Bist du da? Ja, ist mir schon klar, aber warum wird mir das dann nicht angezeigt? Mir wäre da eine Toilette. Ah, jetzt halt. Nee. Hä? Alright, let's go. Verwenden. F halten. Okay, warte. Nee. Irgendwie, das funktioniert nicht so ganz. Ja, wow. Weil vielleicht ist das nicht direkt einfach was, das ist aber nicht unzulock wert. Also, nee, am Pist, ne? Weil du den Ding jetzt verschossen hast. Ja. 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 Ich weiß nicht, aber da hinten, da wo es grün leuchtet. Ihhh, was ist das? Was? Das sah irgendwie komisch aus. So, jetzt gehen wir doch... Drück mal langen F. Yes, ich hab's jetzt mit dem Dietrich aufgemacht. Kannst du ihn abschießen? Oder so? Schnell hinten raus, oder? Mhm. Gut. Und, ähm, now we, ähm... Jetzt haben wir nämlich wenigstens die Munition gespart. Okay. Das ist echt keine schlechte Fähigkeit, was du da hast. Yes, mit dem Telefon, gell? Mhm. Und vor allem jetzt... Der zweite Schritt ist quasi, dass sie alle die Drohnen ausschalten können. Oh, das war dumm. So, in welchem Haus war jetzt der Eingang? Ich glaub in dem, da, gell? Ja. Nie? Nie in dem, was. In dem, was. Weil ich bin dort die Treppen hoch. Ah, da kann man noch was nehmen. So, das ist scheit. Boom, Betäubungsfall. Come on. Ich hab die Tür schon aufgemacht mit dem Dietrich. Hast du jetzt einfach noch ein länger F gedruckt, oder? Yes. Alright. Ich glaub, hier muss irgendwas sein. Is it the song? Oh, God. Come on. You want to make more money? Of course you do. Discover the quick, easy ways to luck, fame and good health. Du bist da, oder? Mhm. Betreten. Holy. Ey. Also ich liebe das mit dem Telefonieren. Okay. Aber ich kann diesen Doktor zum Beispiel, den kann ich nicht anrufen. Die haben da ist eine Drohne auch mit dabei, ne? Mhm. Mit einer Kamera. Oh, da war Kisten. Ist das schon unten, oder was? Nee, doch. Mich hat was gesehen. Vorsicht, da kommt einer, gell? Wo? Ach so. Warst du ganz unten und bist dann wieder? Nee, ich bin einfach da rüber gesprungen, wo ich jetzt bin. Von oben? Nein, ich hab den doch voll ins Gesicht getroffen. Fuck, ich glaub, der hat eine Rüstung, oder so. Wo ist denn die komische Fackle? Gehen wir überhaupt da hinten durch? Ja, wow. Hauptsache, ich komm nicht rüber. Quiet. Was machst du? Was machst du? Weil du mich hier kämpfen lässt. Ach, du bist ja schon hier. Wow. Ich dachte, du... Mein Gott, Hauptsache, ich hab jetzt wieder... Ja, hinter... Du standest neben mir, du Spacken. Ich dachte, ich rette dich und dabei stehst du schon neben mir. Hab jetzt mein Pfeil verschossen für dich, Spackenelda. Ja, aber Hauptsache, du lässt mich allein kämpfen, ne? Okay, ich hab die Fackel. Ja, he... Ah! What are you doing? Ja, I don't know. Ich hab ihn umgebracht, oder? Was mach ich gerade? Du wolltest ihn fest? Ja, oh no, die komische Macht ist wieder bei mir. Ja. Oh, oh. Was denn? Ja, weil bei mir dieser Schatten ist. Das ist mir nur noch entkommen, oder? Mhm. So, jetzt ist mir hier raus irgendwie gekommen, oder? Da. Was machst du? Ich schau den Schatten hoch. Ja, der ist gar nicht so weit weg. Wie bist du raus? Oh. Oh. The fuck? Was war das? Keine Ahnung, das sind diese Dinger. Strange. Gibt's jetzt irgendwo vielleicht eine Lupe, oder so? Wo sitzt das Ding? Unter... Hier seitlich unten. Oder? Yes. Ja, wir müssen jetzt bestimmt irgendwie eine Lupe, oder so finden, oder? Nee, hier ist... Wie bist du jetzt da runtergekommen? Das ist doch da, wo wir am Anfang hochgegangen sind. Stäbe, oder? Oh mein Gott. Haben wir es jetzt geschafft. Crazy. Damn, girl. Dann haben wir jetzt sogar noch mehr... Noch mehr Zeit für Oni. Damn. Ähm... Uh, jetzt waren wir schon Ermittler. Alright. Bonusbeweise. Was wird dir so als heißen? Hm. Wir werden es noch mit euch zusammen rausfinden. Dann, let's go, oder? So, wer für Fertigkeitenpunkte haben wir? Immer noch Ohren. Widerlich. Okay. Das heißt, wir müssen noch eine Mission machen, bevor wir uns dann den nächsten... Ja. ...den Kaffee kennenlernen. Ich lese noch... ...Kaffee und auf Stufe 1. Ich lese meinen nochmal durch. Und drücke eher. Ja. Ah ja, okay. Ah ja, wir brauchen... Ah ja. So. Okay. Are you ready? Yes, wie viel hast du? Fertigkeitspunkte? Yes. Einen. Lia, sparst du auf uns das Zwar, Kost? Eventuell. Ich nehm dich ja. Ich hab noch keinen Plan. Dann, auf geht's. Eine Mission schaffen wir. Also ich find das Spiel, ehrlich gesagt, so vom ersten Eindruck echt gut, muss ich sagen. Die Grafik, es sind eigentlich keine Bugs bisher, oder? Ne, eigentlich nicht. Ist dir irgendwas aufgefallen? Also ich find's echt gar nicht so schlecht. Und ich glaub, dass man da schon auch noch gut was machen kann. Es ist an der Zeit, gemeinsam ein Geheimnis zu lüften, oder? Zumindest ein wenig herumzuschnüffeln und Aha zu sagen. Einige Clubmitglieder werden vermisst. Refra versucht, Tatorte zu reinigen und Wandler vollziehen irgendeinen seltsamen Code. Beweise gibt es überall. Wir müssen sie nur finden. Okay. Also wir müssen einen Einbruch runtersuchen. Das hört sich das Spannend an. Schaumgranate und Energieriegel. Okay. Alright. Let's fetz. Let's fetz. Ich glaub, das ist der, das Modell. Drohne. Und da vorn geht schon der erste, gell? Aber da hinten ist ja immer Kisten. Das ist schon mal gut. Oh, da ist schon das erste Beweisstück, oder? Ich komm nicht rüber. Ich hab's aufgenommen. Wie hast du das gemacht? Äh, mit der rechten Maustaste. Okay. Er fordert Dietrich, den haben wir nicht, gell? Nee. Dann vielleicht das Fenster, kann man das aufmachen? Von innen, oder? Da ist er uns auch. Na. Was ist denn? Oben war noch ein Beweis. Bonusbeweis. Oh, ein Bonusbeweis. Mhm. Okay, da müssen wir uns vielleicht doch immer ein bisschen mehr umschauen. Oh, mein Gott, jetzt hat es mich grissen. Da ist ein Beweis. Wie hat es jetzt den Bonusbeweis angezeigt? Hier ist eine Blankgranate. Ja, das hat einfach, ähm, geleuchtet. Ach, vielleicht. So geblinkt hat es. Schon aufgenommen, oder? Yes. Okay. What the hell? Jetzt war die Musik kurz laut. Da ist noch was. Ich glaube, die ist jetzt gleich wieder reingegangen. So? Okay. Sollen wir uns mal umschauen, ob wir noch einen Bonusbeweis? Wir sind noch kracher. Oh, die werden kracher. So, schauen wir uns noch um nach einem Bonusbeweis? Mhm. Oh, oh. Da ist gerade doch eine Tür zugekommen, oder? Die ist jetzt gleich wieder reingegangen. Bitte sei. Oh. Oh. Wahrscheinlich kriegst du deswegen ein Leichennehmer, damit du das verschwinden lassen kannst, oder? So, da waren wir gerade, gell? Da geht es rund in den Knochen. Da ist ja eigentlich nichts, oder? Hm. Ich sehe jetzt keine weiteren Beweise, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich sind die überall verteilt, oder? Ja, werden bestimmt nicht alle in dem Haus sein. Okay. Oh, nee. Das andere ist wieder da unten. Ja, müssen wir da nicht da runter in den Keller gehen, hier? Ach so, ja, der. Gut mitgedankt. Aber hier ist bestimmt nur irgendeine Bitch, weil die ganze Zeit ist das Auge hier relativ. Wahrscheinlich gibt es dann auf jeder Map einfach so und so viele Bonusbeweise. Oder? Möglich. Also in jeder Runde, weil Map ist ja bisher immer dieselbe, ich bin. Du bist echt, wieso kommst du da rüber? Ich bin da nicht rübergekommen. Ich bin gesprintet und einfach nicht gesprungen, sondern geredet. Nein, na. Oh. Verbannt. So, das Ding, ist das wieder da hinten, oder was? Nasty. Aber ich habe jetzt noch keinen Feind gesehen, und du? Gehen wir erst mal hier hinten runter. Gehen wir da einfach runter? Doch, ich habe schon doch in den Zwoarfeinde wiederum. Ach, ihr Mather. Und jetzt haben sie uns gesehen, oder? So, was ist das? Fünf? Das ist ein Krocher. Da drin ist noch eine Box, ne? Soll ich die Kracher da mal rüber schmeißen und wir erinnern hier quasi lang? Okay. Ja, bringt nichts, wenn da die Kamera ist, ne? ODM, ODM, ODM. Wow, ich habe auch noch mal Kracher, glaube ich, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ist wird's kommen, oder? I don't know. Da können wir uns verteidigen. Da wäre eine Kiste. Oh no, die Dunkelheit ist schon wieder da. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin da hinten. Oh no, oh no. Wie hat der Schatten? I'm dead. Die Gestalt hat dich erwischt. Kannst du mir jetzt nur retten? Ja, ich schaue gerade. Thanks. Ah! Mein Gott, da ist er ja tot. Wo bist du? Mein. Wie kann ich das einsetzen? Ich heile mich schnell. Wo bist du? Ich bin da oben. Okay. Oh my gosh. Wo ist die Drohne mit so einer Schaumkanade kaputt? Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht, dass man irgendwie einsprühen kann. Mein Gott, jetzt warum kommt jetzt doch von hinten so ein Weib? Vorsicht, da unten ist auch einer. Ja. Jetzt verpissst du euch doch einfach. Shit. Jetzt sagt's. Kommt doch von hinten so eine Toastie. Also, jetzt habt ihr jetzt mal Waffengeist her. Oh, da ist noch eine. Ja, die Frau, oder? Ja. Ja, wow. Was denn? Ja, weil ich keine... Keine... Vor Ausdauer mehr, oder? Nee. Können wir den jetzt ins Wort fertig machen? Wieso kann ich meine... Kann ich meine Fähigkeit nicht einsetzen? Also, ich versch... Du glaubst, oder? Ja, ich bin tot. Beziehungsweise, ich bin in der... Die Gestalt hat mich erwischt. Wo bist du? Ja, ich renne hier rum. Ich verstehe nicht, warum ich meine Fähigkeit nicht einsetzen kann. Mann, jetzt wollte ich die aufleben lassen. Jetzt hab ich die auch erwischt, ne? Mein Gott, gib mir's auf den Sack her. Ja, das war jetzt, glaube ich, schon ungefähr wieder die Zeit, gell? Wir gehen mal in unser Clubhouse zurück. Dann darf ich dann, da kaufen wir uns nochmal was. Ich kaufen jetzt nämlich das für die Drohne. Weil ich glaub, dass das gar nicht schlecht ist. Wenn wir Drohnen kurz deaktivieren können. Levelaufstieg. Yes, alright. Neue Bedrohung, sehr. Okay. Keine... Achso, doch. Alright. Dann kaufen wir uns gleich mal was, oder? Mhm. Ich kaufen nämlich tatsächlich auch hier dieses... Ähm... Genau, da kann ja eine Überwachungskamera ausschalten. Yes. Mhm. Da kann ich aber jetzt hoffentlich, wenn ich das hab, quasi diesen Anruf schon auch noch machen. Nur weil ich das jetzt gesteigert hab, oder? Bestimmt. Das hoffe ich jetzt einfach. Okay, dann lad ich sagen, wir enden mal die Folge, oder? Ja, ich will noch entscheiden, welche Dinge ich nehme. Aber wir können gern trotzdem ausprobieren. Achso, du hast quasi noch nicht entschieden? Alright. Naja, ich hab jetzt die Drohne gemacht, weil... Ich glaub, dass das ganz gut ist, wenn man die in der nächsten Runde mal ausschalten. Ja. Ich überlege, ob ich auch diesen Telefonstreich nehme. Oder ob das dumm ist, wenn du den schon hast. Ich glaub, dass wir uns da vielleicht echt, ähm, schauen sollen, dass wir Sachen finden, wo wir uns zusammen irgendwie ergänzen. Dass du vielleicht eher einen anderen Zweig nimmst. Dann nehm ich den unaufhaltsam. Okay. Du bündelst deine Schmerzen mit höchster Konzentration, sodass dein Körper für kurze Zeit gegen Verletzungen und Erschöpfungen immun ist. Das ist doch schon mal gut. Okay. Alright. Gut, dann lassen wir's für heute. Hätt ich auch gesagt. Schere Bitch. Ach, jetzt schade ich. Hast du ein weibliches Gesicht, girl. Ja. Ich komm auch nix dafür, ne? That's okay. Ich stehe jetzt hier mit dem Handy. Futsch. Futsch. Alright. Dann würde ich jetzt mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Genau. Bis dahin noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Je nachdem. Ja, würde ich auch sagen. Also dann, au revoir. See ya.